Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rebo Videoblogs. Ich bin Klaus Mohalski, Gründer und Geschäftsführer von Rebo. In der heutigen Episode geht es erneut um IEC 61850 und hier insbesondere um das GUS-Protokoll. Das GUS-Protokoll, das steht für Generic Object Oriented Substation Event Protocol, ist ein Protokoll, was verwendet wird, um von Elementen, von Steuerelementen in Umspannwerken, in Substations, Statusnachrichten an potenziell mehrere zentrale Empfänger automatisch und in einem festen Intervall zu senden. Es kann allerdings auch verwendet werden, um Relais und Schutzschalter auszulösen. Die Sicherheitsproblematik hier besteht nun darin, dass ein Angreifer, der Zugang zum Umspannwerk hat, diese Nachrichten manipulieren und fälschen könnte und so falsche Statusnachrichten übertragen kann oder auch gefälschte Schaltkommandos senden kann. Das kann natürlich einen potenziell desaströsen Effekt auf das Umspannwerk haben. Hier kommt jetzt wieder die Anomalieerkennung durch OT Monitoring Systeme ins Spiel, weil sich mit der Anomalieerkennung und dem Lernverfahren solche Veränderungen perfekt detektieren lassen, weil hier es um Abweichungen im Übertragungsmodus, in der Übertragungsfrequenz und in der Art der übertragenen Werte geht. Und genau das ist das, was Anomalieerkennungssysteme liefern, anders als eine Firewall, die hier keinen Schutz bieten kann.